Herzlich Willkommen! Ich begrüße euch aus dem All. Wir schwimmen gerade um den Saturn und sehen Sterne vor uns und begrüße euch zu Rocket League auf der Erde aus dem All, was eine sehr interessante Kombo ist. Und ich bin nicht alleine hier. Und zwar, er ist dabei. Der Zulführer. Oder auch nicht. Der ist wohl im All irgendwo verschollen gegangen. Ja, der ist verschollen. Der kommt heute nicht. Du bist nur Gruppenleiter, du Lappen. Ach Mensch, du Lappen. Warum hast du es nicht vorher gesagt? Ich habe gerade erst gemerkt. Wir sind wieder top vorbereitet. Auf jeden Fall. Auch ein sehr schönes Intro, muss ich mal sagen. Also, ich bin beeindruckt. Wir schweben durch die Galaxis. Oh Mann. Und 3000 Menschen sind gerade gekrepiert. Oh ja, mindestens. Fuck. Ich würde sogar eher sagen, dass mehr gekrepiert sind. Ja. Gerade die Kinder in Afrika sind am meisten gerade gekrepiert. Ohohoho, schwarzer Mauch. Hast du was gegen Kinder? In Afrika? Ja, ich habe generell gegen Kinder. Alles. Ich mag Kinder überhaupt nicht. Kinder sind scheiße. Ja, kann ich verstehen. Ich war jetzt aber nie Kind. Ich bin ja so geboren worden. Ja, ja. Natürlich. Ja. War instant warm. Instant. Ja, ja. Klar. Kenn ich. Kenn ich. Ja. Kenn ich. Ja. Kenn ich ja von dir genauso. Hm. 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 Ja. Und während wir so einen Müll quatschen, hat der Zauberer schon den ersten Ball ins Tor gezaubert. Ah. Ah. Nein. Ecke. Aber ich bin auch Zauberer. Nein, ich bin der bessere Zauberer. Nein. Oh doch. Nein. Oh doch. War das gerade der Zauberer-Paarungsschrei? Das war der Zauberer-Schlag-Dicht-Gleich-Totschrei. Achso. Nee, kenne ich noch ja nicht. Ja, der ist neu. Ich merke schon. Er hat J.K. Rowling extra fürs neue Buch geschrieben. Achso. Achso. Okay. Das neue Drehbuch von Harry Potter. Achso. Star-Besetzung wir? Ja. Krass. Der heißt jetzt Harry Potter und der Schrei des Todes. Oh, geil. Mit dabei ist jetzt auch wieder Gandalf. Äh, 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 Dumbledore. Nice. Finde ich gut, finde ich gut, ja. Instable, äh, äh, mit einem Gastauftritt von Gandalf natürlich. Ist das auch gut? Ja, ja. 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 Boah. Aber dein Profi und Veteran. Ja. Guter Schuss. Guter Platz. Danke, danke. Was die uns gegrüßt haben. Ja, äh, ist... Und Glück gewünscht haben und Spaß gewünscht haben. Sind bestimmt Russen. Nein, Russen sind nicht so freundlich. Achso, scheiße. Ich weiß, deswegen, äh... Ich bin mit dem Kader fast reingedriggert. Jawoll. Ja, schön. Übergelöst. Sorry. Nee, von Russen... Von Russen wäre direkt gekommen. Äh, Lappen. Äh, ich hasse nicht voll. Äh. Ja, genau. Ich weiß, was wir jetzt damit meinen. Und jetzt meinen wir nicht mit Hocher und Chicas. Nee, nicht, nicht richtige Chicas. Nicht so, so Chika-Chikas. Wir müssen schreiben ja immer... Für Bitch, C-Y-K-A. Und irgendwann sind wir draufgekommen, es einfach Chika zu nennen. Ja. Obwohl es irgendwie... Wie wird es ausgesprochen? Suka. Suka, ja, genau. Suka wird es ausgesprochen. Aber Chika ist viel besser. Oh. Krass. Was für eine Parade. Wat ne Parade. Wat ne Parade. So, man ist ne Parade. Oh, es sehen noch. Oha. Nein, pass. Ja, ist er. Oh. Ja, da waren zwei Autos dazwischen. Ja, ist er mir vielleicht egal? Nein. Äh, doch. Nein. Doch. Du solltest mal ein bisschen... Scheiße, Mitleid haben. Nee. Oder mitfühl zeigen. Nee. Doch. Nee, ist mir voll egal. Was? Nein. Sollte dir nicht mal alles egal sein. Doch, ist das aber. Nein. Doch? Nein. Ist doch. Da war ja gerade so Profi. Oh, warum hast du ihn nicht bekommen? Na, weiß ich eigentlich nicht. Du hast doch gerade gesagt, du bist ein Profi. Und dann versemmelst du den. Ja, den versemmelst du den. Ja, den versemmelst du auch. Gut. Weggestoßen. Es haben wir vorbeigebraust. Hui. Na, Ahoi Brause. Ahoi Brause. Kennst du eigentlich noch die alten Ahoi Brause Werbungen? Gibt es überhaupt Werbung für Ahoi Brause? Ich glaube nicht mehr. Aber es gab doch mal Neuauflagen. Ja, ja. Und nicht mehr mit diesem Ahoi Brause. Ich weiß, ja, ja. Aber kannst du dich an die noch erinnern? Ja. Das waren noch Werbungszeiten. Das waren noch Zeiten, Mensch. Da war ich noch lüt. Ja. Da habe ich noch nicht dran gedacht, irgendwie so einen Quatsch hier aufzunehmen. Oh, Mensch. Oh, ne. Das ist nicht sein Ernst. Der wäre so schön gewesen. Also, wenn der nicht geil gewesen wäre, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Ahoi. Oh, Mensch. Ey, nicht wegschieben hier. Doch. Bodyguard. Nur Zutritt für VIPs. Ich bin VIP. Nein. Oh, da. Und der Kasperle ist jetzt reingetreten. Das ist eine andere Haus. Hat der keinen Bock mehr, oder? Ja, keinen Bock mehr. Der hat sich gedacht, Mensch. Du hast eine Sekunde noch, das kriegen wir nicht hin. Ja. Ist nicht mein Problem, doch. Ist nicht mein Problem. Nein, nein, nein. 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 Pssst. Was ist denn hier? Kamera schwingt von 180 Grad, fließt 180 Grad. Oh, oh. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das ist nicht so gut. Ja. Wir haben noch 10 Sekunden. Das ist noch jetzt aus. Ah, halte. Oh, nein. Jawoll. Das gibt es nicht. Ein perfekter Pass. Und schön. Nein. Guck dir diesen Pass an. Ja, das hast du wieder wunderbar gemacht. Ein Traum war das. Ein Traum. Jetzt haben wir wegen dir Nachspielzeit. Ja, ist doch gut. Wegen dir. Du Lappen. Du feuchter Lappen. Ja, wenigstens kann ich feucht werden. Oh, 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 oh. Was? Was haben wir denn überhaupt? Veteran und KI haben wir jetzt noch dran. Ja, ja. Ja, komm, hier. Easy, man. Easy. Oh. Ja, also. Scheiße. What the fuck? Ja, easy, easy. Was ist denn der Lappen, ey? Das ist ein Fock. Ey, wirklich. Das ist ein Profilbild. Das ist aber nicht nett. So sieht gerade meine Hand aus. Dir gegenüber. Ah, so. Ja. Achso, wir kriegen gleich wieder ein Bot. Ja, da kommt wieder... Wie hieß der? Ich hab schon wieder auf Essen. Wer war da drin? Ja, hier. Kasper. Kasperle. Achso. Nee, Biest ist diesmal. Ja, siehst du, der Biest, der ist ein Biest. Der Biestet das. Der Biestet das. Der ist der Höchstbiestende. War der gut oder war der nicht gut? Alter. Wißt du, jetzt kommt der Puschel-Einhorn. Jawohl. Der Puschelt uns kaputt hier. Mach it. Ja, los. Das war ein Pass. Uah. Wo ist denn der Puschel-Einhorn? Nach da hinten. Nach da hinten, Mensch. Nach da hinten. Nein. Nein, da komm ich nicht hin. Brauchst du nicht. Mach ich alleine. Gut. Gut. Alles klar. Ja, natürlich. Der Josef macht das klar. Nein, der soll für. Der Josef. Nein, der soll für die Richtung. Oh, Mensch. Deutscher. Deutscher? Er ist deutsch. Oh, mein Gott. Er ist deutsch. Wiss ich nicht. Das hat Puschel-Einhorn, weil der den in die Richtung gekickt hat. Stimmt, Puschel-Einhorn ist auch deutsch. Ja, das ist eine deutsche Sprache. Ich habe noch im Englischen diese Wörter nicht gefunden. Nicht. Nee. Das ist aber sehr bedauernswert. Ja. Sollte man einführen. Auf jeden Fall. Was ist die Definition davon? Äh, Puschel-Einhorn. Ja, aber die Definition. Ja, Puschel-Einhorn. Ja, aber wofür steht denn das? Nein, äh, wuscheliger, ein wuscheliges Stück, was ähm... Ein wuscheliges, wuscheliges Stück Scheiße. Was, äh, alles eine Sache der Vorstellungskraft ist. Eine Sache der Vorstellungskraft. Ja. Oh, bo. So, so. Mhm. Und wie spricht man das dann im Englischen aus? Puschel-Einhorn. Puschel-Einhorn. Po-Puschel-Einhorn. Puschel-Einhorn. Puschel-Einhorn. Po-Puschel-Einhorn. Puschel-Einhorn. Oh, nee. Puschel-Einhorn. Krass! Alledude, alledude. Mache es! Mache es! ja ich kann es nicht versprechen wieso du dich bei 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 baum ich trage diesen hut nur als schmuckstück ich bin eigentlich gar du 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 stück du 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 hast letztens den wetter bericht gelesen wir sollten sandsturm ja ja er habe ich auch schon ganz oft gehört ja das ist ganz schrecklich jeden freitag furchtbar furchtbar ist das furchtbar einfach weggeschnappte ding jawoll mutter pass dankeschön da pass was kann man denn darauf antworten attackiere ich kann ja die wissen ich hab das noch nie vorher benutzt warum auch ja gut ich attackiere nicht mehr verteidige jetzt offen 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 was ist denn hier los mensch lass mich doch mal in ruhe spielen ich habe ihn hast du nicht wohl den habe ich pass auf pass auf pass auf pass nicht auf ich gucke da habe ich ihn ich habe ich habe nicht geguckt drauf und draußen lief gerade ein eichhörnchen habe ich zugeguckt ne ich hätte ihn ich dachte ein plüsch einhorn da puschel einhorn ach so ja schon meinte er nicht äh puschel einhorn wollte gern plüsch einhorn sagen ach so na dann so lange es keine hasen waren also sind ja agi boah what dat war nice also huuuh danke hatte aber irgendwie mehr glück als verstanden gehabt da ja was ist denn überhaupt ein semiprofi oh das aber hatten wir schon mal die kombo semiprofi und veteran semiprofi und veteran ja ne ja siehst du das ist jetzt semiprofi veteran ist das dann gut für uns oder schlecht es ist eigentlich ausgeglichen also es ist wie zwei profis ja weil sonst hatten wir immer bei profi semiprofi hatten wir problem aber ja äh veteran profi äh veteran äh semiprofi das äh hatten wir tatsächlich noch nicht ne heut steckt doch auch mein oh pfuii hehehe 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 oha nein oh nein krass ne oooooh oooooh hehehe jawoooh hehehe 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 ups achso hier gibt es ja glaube ich ein ups ne omg ach da ups hehehe mach es ja naja 10 sekunden machen gleich hui oh nein oh ja komm hehehe ja jetzt die bisschen länger äh ausbalanciert ja ja ich wies ich wies aber eh ne der ne derwert nicht mehr war der lag schon so doof Oh, du bist doch ein Lappen, du bist genau der richtige Sange. Oh, nicht mal den leichtesten Balkan erhalten. Oh man, oh man, oh. Wir brauchen Unterstützung, wir brauchen unbedingt Unterstützung. Kriegst du nicht. Fuck you. Ja, naja, das ist ja ganz gut, dass wir jetzt durch die Galaxie weiterschweben. Dann können wir wenigstens... Am besten per Anhalter durch die Galaxis. Ja, dann brauchen wir uns die Schande nicht auf der Erde antun. Ja, das war furchterregend, die Erde ist furchterregend. Wir fangen einfach einen neuen Channel auf einem anderen Planeten an. Ja, ich würde sagen, wir gehen nach Pluto. Okay, alles klar. Gut, Leute, wir sind dann mal raus. Wir melden uns, wenn wir auf dem Pluto angekommen sind. Ja, wir steigen dann ins Rocket und dann steigen wir die Rocket League auf. Oh yeah, boah. Oh, du bist... Oh, Mann, wow. Ich bin beeindruckt. Ja. Ach, der... Naja. Haut darin, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.